Göpfritz an der Wild Bahnhof Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr und anderen Regionalbuslinien Scheideldorf Kirche Rheinpolz Ort Lichtenberg Bundesstraße Festen Pocken, Abzeigung Ort Niedertal Leithofen an der Theia, Hauptplatz Leithofen an der Theia, Busbahnhof Umsteigemöglichkeit zu anderen Regionalbuslinien Theia Park Brunner Straße Diemling Ort Groß-Eberharz Bundesstraße Pfaffenschlag Ort Eisenreichs Bundesstraße Heidenreichstein Steinbruckhäuser Heidenreichstein Adolf Zimweg Heidenreichstein Busbahnhof Umsteigemöglichkeit zu anderen Regionalbuslinien Beide Heidenreichstein Bist Vielen Dank.